Guten Tag meine lieben Leute, hier ist der Guzoa wieder mit Directly in the Face Video und so. Und zwar habe ich es ja angekündigt, ich habe ja gerade das Preview Video bearbeitet, rausgehauen. Da hoffe ich mal, dass da einige Klicks zum Rampless noch drauf kommen und natürlich auch viele bei Menchies vorbeigucken, wegen der Bogey Queen, die gemalt wurde. Jetzt wurden wir angegriffen, aber ich würde jetzt mal fast sagen, also er hat mich nicht, der hat nicht das Rathaus bekommen, sonst hätte ich natürlich logischerweise keine Pluspunkte bekommen. Schade, hat das Dunkle bekommen, weil ich dachte nämlich gerade, das Lager sah ja jetzt nicht so aus, als hätte das einer abgeschossen, ist aber leider doch der Fall gewesen. Egal, so ist das Leben, mal gewinnt man und mal verliert man. So, jetzt möchte ich euch etwas zeigen. Ich bin ja weiterhin in Planlos drin, ich finde das einfach mal mega geil, da einfach nochmal ein Big Thank You to Heiko, der es einfach nicht lassen konnte und mich einfach nochmal dazu überredet hat. Ihr wisst ja selber, ich bin ja eher echt so CW-mäßig, ja, eher so halt, wa? Und hat da trotzdem gesagt, ey, kommt, ey, hier, das geht einfach nur um den Fun, ist ja nun mal so. Klar, man sollte sich natürlich auch anstrengen, klar, aber wenn halt nicht ist, ist halt nicht. Und ihr wisst ja selber, gerade frisch Town Hall 10, ich meine, meine Helden, die sind ja in Ordnung. Da kann man ja wirklich sagen, okay, für Rathaus 10 ist es vollkommen akzeptabel, easy peasy. Und außerdem ist mein King um zwei höher als der von Heiko. Ja, egal. Und ja, lasst einen Daumen da, wenn ihr dieses Geräusch ziemlich creepy fandet. Und zwar ist die Sache die, das ist halt eben der Rest halt. Ich habe ja noch nicht mehr Truppen, mit denen ich angreifen kann, weil mein Armeelager hier gerade im Upgrade sich befindet. Und deswegen ist es natürlich eher ein bisschen doof. Shit drauf. Wir haben Truppen, ich meine, dann können wir natürlich auch einfach mal einen Test starten. Und zwar bringt mir hier meine Aktion mit den zwei, mit den, also mit den vier Earthquake Spells natürlich mal gar nichts. Und ich würde aber sagen, dass wenn wir den hier droppen und dann da droppen, dann müssten wir beide Mauern aufspringen können und wir haben den Inferno gleich ein bisschen, ein bisschen beschädigt. So, jetzt lenken wir den Magiaturm ab mit einem Golem. Und wir sagen natürlich, haha, clever wie wir sind, wir haben noch drei Magier, genau, drei Mauerbrecher am Stüssel. Und wir wollen hier hinein, wir wollen richtig schön hart eskalieren. Und wir nehmen da einfach die Packers noch mit rein und ein paar Valkyre nehmen wir auch. Wir spammen einfach. Wir sind einfach mal so, wir spammen. Und ich muss mir den Freeze jetzt einfach mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ja, ihr könnt auch außen rum gehen. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber okay, geht auch. Aber ich wähle nochmal kurz den anderen aus. Mal gucken, wie das läuft hier. Ich würde mal sagen, hier noch ein Rage rein. Das hier halt schnell noch was geht. Genau, die Golems setzen sich vor. Das ist cool, dass die halt richtig schön deffen können. Ja, ich würde mal tippen. Ich würde mir halt das für die Queen aufheben, weil die Queen jetzt hier nämlich lang rennen müsste. King noch nicht in Rage packen. Jetzt hier den Freeze. Queenie, make it happen. Yo. Passt. Also der Two-Star ist safe drin, aber das war es auch. Das war es leider. Mehr hat der Gusua einfach nicht auf Tesh. Also ich denke mal, machbar wären definitiv mit der Truppen-Kombo mehr gewesen. Aber ja. Es hat nicht sollen sein. So, hier. Er hat den Nachteil, er ist halt nur auf Multi. Er ist halt just auf Multi. Juuu. Bam. Haben wir natürlich jetzt wieder ein bisschen was gut machen können. Sprich, also X-Bow kann noch ein bisschen auf die Queen gehen und nicht auf die Truppen. Also sollte nicht klappen. Gehe ich nicht davon aus, weil die Golems jetzt hinten dran sitzen und jetzt tankt der King alles. Und dafür ist es einfach zu hart. Da denke ich, sollten das keine 100% mehr werden. Aber nichtsdestotrotz, obwohl wenn, wenn die, ah ne, ne, okay. Ah, knappe Kiste. Knappe Kiste. Ich meine, wirklich für den ersten Bam Bam. So zwischendurch. Directly rein. Ging's doch. Mit 93%. Habe ich schon schlimmere Fights gehabt. Das läuft auf jeden Fall. So. Ah, die Base ist ein Dreck. So kann man das halt auch sehen. Ihr seht natürlich auch, jeder, der so ein bisschen Plan hat, wird natürlich auch sehen, naja, ist das nicht irgendwie so ein bisschen CW-Bass mäßig? Ja, ist es. Weil ich hatte ja wirklich nur so eine Werbpaktik. Komm. Egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Ja, genau. Herzlichen Dank, Alter. Kann ich das? Kann ich das eventuell? Nee, schwer. Also ich sag, das wird nichts. Alter, doch, das könnte was werden. Ah, scheiße. Und jetzt, ah, außen verkeigelt. Mist. Ah, egal, egal. Was soll's? Wir greifen an. Wir haben ja noch immerhin die drei Mauerbrecher. Die alle durchmüssen, sonst geht das definitiv in Tuse Hose. So. Ich würde sagen, hier droppen war jetzt mal ein Rage. Und Pekka, ah, war es eventuell unklever. Die werden eventuell draußen rumrennen. Und jetzt wollen wir hier aber... Ah, nee, ich will noch nicht... Weil, klar, ah, kacke, okay. Also geht total daneben. Scheiße. Es war ein Versuch wert. Sie laufen alle draußen rum. Sie sind alle total doof. Komm, hier, hauen wir mal einen Freeze kurz rein. Aber der ist auch für den Hintern total. Jetzt geht's darum, dass wir halt noch wirklich hier schnell die 50 Prozent, wenn möglich, noch hinkriegen. Und dann war es das auch Schisse. Das ist natürlich... Aber sind wir ehrlich, klar, wenn man jetzt so ein bisschen drüber nachdenkt, ist es auch ein bisschen schwierig, dass die halt reinrennen. Weil der Bereich, also die Base ist ja so von der Aufstellung her gar nicht so verkehrt, weil die Truppen natürlich sehen, ey, bis nach drinnen ist es ja so ewig lange. Da bin ich ja total faul, habe ich ja gar keinen Bock drauf. Und dann sagen die sich natürlich, gut, okay, lass mal außen rum rennen, weil ich habe ja ganz viel draußen. Also ich hätte noch viel mehr clearen müssen. Habe ich nun nicht gemacht. Und deswegen ist es auch nur ein One Star geworden. Fertig ist. Ja. Guso hat verkackt. So, aber danach hauen wir gerne nochmal einen Angriff raus. Ja, der war natürlich richtig verschüsselt. Aber beziehungsweise, nee, Angriff nochmal raushauen, nee. Ja, 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 das wäre clever gewesen. Ganz genau. Da, äh. Da hast du wohl recht. So. Noch ein Versuch. Ja, komm, komm, hier, hier, gucken wir nochmal. Wir gehen nochmal kurz rein. Verstehe ich. Also erstmal Seiten leicht clearen. Klar, es ist verständlich. So, jetzt probiere ich aber erstmal den Spell besser zu droppen. Hier? Ja. Das müsste klappen. Dann sind die nämlich komplett offen. Das ist schon mal besser als beim ersten Mal gegangen. So, jetzt habe ich die Möglichkeit. Klar, die Gollis sind hier. Und die brauchen wir halt auch. So, jetzt muss ich gucken, dass ich hier seitlich noch ein bisschen cleare. Aber ich habe natürlich auch jetzt nicht so mega viel zum Clearen. Jetzt erstmal seitlich. Also links und rechts, dass er dann halt eventuell, wenn ich sie drinne, spawne, dass da dann vielleicht das besser klappt. Ja, 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 ja. Aber ich glaube das immer noch nicht. Ich kann mir das nicht... Ich try ja das jetzt einfach mal hier hardcore mit dem King. Und jetzt die Queen sollte... Scheiße, die geht noch dahin. Und sogar der King geht jetzt rein. Ja, jetzt, 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 jetzt haben wir es erreicht. Dann muss jetzt natürlich hier hardcore mäßig reingerusht werden. Und hier noch ein Rage setzen. Und, ah, Schisse. Ich habe den Frost ein bisschen verpeilt. Klar. Kriegen wir das Townhall? Kriegen wir das Townhall? Das wäre so ziemlich geil. Das wäre so ziemlich geil. Scheiße. Äh. Kacke. Mist. Aber ihr seht es wieder. Es ist einfach spannend bis zur letzten Zahl. Die mir natürlich auch wieder gar nichts gebracht hat. Drei Mauerbrecher könnte ich hier noch reinhauen, weil natürlich Ablenkung. Ablenkung ist alles. Bringt mir aber auch nichts. Ich habe verkackt. Der King ist draußen. Und ich bin down. Sogar noch schlechter, aber... So. Gucken wir mal. Ja, genau. Ganz genau. Ganz genau. Siehst du dann im Video. Das ist natürlich echt ziemlich geil. Ja, weil ich sitze da sonst echt... Also ich habe die sonst nie so wirklich hart gemacht. Mit dem gegenseitig halt... Mit diesem Friendly Battle ist eine richtig geile Nummer. Muss man einfach sagen. Ich habe das bei Haiku gesehen. Echt. Ich glaube, die werden auch wieder relativ viel geschrieben haben, denke ich mal. Also nicht so krass wie bei uns. Aber die haben garantiert sind die Files nicht mehr zu sehen. Aber das war richtig geil. Da hat man das gesehen. Haiku hat angegriffen. Irgendwie von uns einen halt. Und hat irgendwie 30% gerissen. Nächster Angriff. 50%. Nächster Angriff. 70%. Nächster Angriff. 100%. Wo du echt denkst, alter Verwalter. Das ist halt so krass. Und dann hat er nochmal angegriffen. Und hat wieder keine 100% bekommen. Also das ist wirklich so krass. Man kann nicht einfach sagen. Oh ja, cool. Läuft halt jetzt. Und das war's. Dann setzt du doch wieder eine Truppe leicht woanders. Und schon hast du total verschissen. Aber egal. Das ist das Spiel. Und das mögen wir halt einfach alle. Und jeder mag es ja, wenn der Gegner einfach total verfehlt. Ganz klar. Und das ist schon ziemlich geil. Das macht einfach Spaß. Das macht Laune. Und dann seht ihr mich beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. und dann seht ihr im nächsten Video den CW. Also wie krass das da abging, war echt schon krass. Also ihr werdet es vielleicht kennen. Also Heiko sagt, oh, das ist bei jedem zweiten CW so, dass die halt wirklich nur auf Loot gehen. Und dann war's das. Aber das habe ich so krass noch nicht gesehen. Das war's von mir. Ihr haut rein. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao. Ciao.